Musik Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Gary's Mod Cops and Rubbers Ja, ich bin's wieder, euer Big Mongo Styler und heute immer noch zusammen am Start mit dem Camp Massive und dem Starblade Servus Hi, hi Servus, Leute So, ja, wir spielen Cops and Rubbers und ich bin auch in der Steam Friendlist online gegangen, weil so können wir halt alle Leute nachschauen, die Bock drauf haben Und wir werden jetzt mal versuchen, hier schön die Bank zu überfallen oder die Emery, eins von beiden Wie ihr seht, bin ich jetzt sogar Level 5, das habe ich ja in der letzten Folge geschafft und habe eine Schrotflinde Ich bin jetzt also eine Medic-Class, ich habe hier sogar ein Medikit, das ist richtig, richtig geil, ich kann Leute heilen und so Und, ähm, ja, dann wollen wir mal schauen, dass wir hier noch Level 10 schaffen, ne? Ich bin hinter dir, ne? Was seid ihr für ein Level? Du bist Level 2 und Starblade? 5, ich bin auch Medic Oh, geile Sache Ja, wir sind auf dem Weg zur Bank, wir probieren es einfach mal, komm, wir rennen jetzt einfach mal zur Bank rein Wenn uns da nicht gleich einer wechseln hat, ich laufe schon die ganze Zeit extra zigzag Oh, hier in die Garage erst mal rein Du musst mich mal heilen, du musst mich mal heilen Ja, 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 warte Boah, ich muss dieses Fast Switch anmachen So, warte, ich heil dich Ich gebe Koffer-Solo Okay, sag, wenn du voll bist, weil ich sehe das nicht Jo, muss nachladen 76 habe ich Reloading? 96 einmal noch Okay Okay, das passt Kann man sich auch selber heilen? Äh, ich glaub mit Rechtsklick oder? Ja, Rechtsklick, Rechtsklick Ja, Rechtsklick ist es, ja Okay, erst mal abchecken hier So, jetzt müssen wir eigentlich nur um die Ecke und rein in die Bank, ne? Ja, 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 ich bin unterwegs Okay, komm, 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 komm Okay, ich bin drin, ich bin drin Okay, ich auch Nein, ist das ein Bullen? Ne, doch nicht Oh, ich dachte, das wäre ein Kopf, ey Geile Sache Wir müssen aber aufpassen, dass hinten von den Rücken keiner kann Frei halten, ne? So lange der Aufzug noch nicht da ist das hat die so ein richtiges Payday 2-Fielding irgendwie so 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 Prozent bis dahinter und er kommt noch um aber auch zu okay noch ist ein auch so der schon weggefahren oder hier hat es eilig oder auch schwer der Orkopf vor Schmau die Gestern ich komme wieder zu euch schaue ich habe ich ja noch immer wieder an uns nicht die Frage das ist ein bisschen auf den defibrillator geben würde so und wieder aufgehoben, ey, wie bei Battlefield. Aber es ist echt ein spaßiger Modus, bis auf die paar Lags, die er hat und so. Ich will auch nicht wissen, wie ihr seht, Leute, es sind gerade 36 Leute drauf und es passen 127 hier drauf. Ich weiß es nicht, wie der Server dann läuft mit 127 Leuten auf dieser Map. Das habe ich bisher noch nie gesehen, dass hier so viele Spieler waren. Deswegen bin ich jetzt auch mal in der Friendlist online gegangen, so können wir alle nachjoinen und wir können zusammen Spaß haben. Ist aber jetzt kein Event, falls ihr denkt, ne? Das hätte ich ja vorher angekündigt. Rein, 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 rein. Just for fun. Ich renne zur Tür. Oh, ich renne, ich renne, ich renne. Ich bin drin. Bist du drin? Ja, ich bin drin. Ich bin also nicht beim Aufzugsraum. Oh, ich habe mich gerade selber. Warte. Oh, ich glaube da oben ist... Oh, hier von beiden Seiten, Alter. Ah, einen habe ich noch mitgenommen. Ne, das war jetzt zu cool. Ah, ey, wieso geht denn... Ah, diese scheiße Tür, ey. Einer von euch muss sich dann schnell hin. Ich habe nur noch 6 Affe. Ich bin leichter Beute. Ich glaube, wir gehen jetzt... Wo seid ihr? Seid ihr noch in der Bank, oder was? Ja, ihr wisst ein... Geil. Dann kommen wir nochmal aus dem Bank. Ja, 66 habe ich. Oh, nein, 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 nein. Boah. Oh, jung. Seid ihr draufgegangen? Ja, ihr seid beide draufgegangen. Scheißheilerei. Alter, das waren ja... Moment, ey. Ich komme mal zurück zu euch. Sieben Polizisten waren das. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück sind im Aufzug. Starblade, wo bist du? Das ist so ein viel. Oh, ein Käse. Bist du schon losgerannt, Starblade? Äh, ich bin unterwegs. Ah, okay, gut. Ja, dann folgen wir mal. Wir laufen jetzt mal einen anderen Weg, weil die denken jetzt alle, wir rennen zur Bank. Lass doch mal zur Amory gehen. Ja, wir gehen jetzt genau. Wir gehen jetzt hier runter. Oh, ja, okay. Das ist so die Abkürzung. Und dann eigentlich nur runterjumpen und dann... Eigentlich, ne? Oh, da unten wartet schon einer. Ha. Ich weiß nicht, ob man hier Fall-Damage bekommt. Ja. Ja, da hinten hockt einer in der Ecke. Nice. Ja, das war mal. Schön geklärt. So, ich muss mich schon mal heilen. Okay, lass reingehen. Ja. Brauch jemanden Medik. Vorsicht, Vorsicht, langsam. Mein Name ist voll, ich brauche nur noch Munition. Aber Munition weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Gibt zum Stück noch so eine Klasse, die irgendwie Munition legen kann. Da, wir sind echt hier drin, ist ja geil. Das Teil habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, von Namen. Ich habe die Rurvy gestartet. Nice. Wie lange dauert das jetzt? Wo sieht man das? Es gibt hier eine Anzeige. Ja, 73% steht da oben, glaube ich. 47, keine Ahnung. Okay, wir müssen uns jetzt Cover geben, ne? Ja, wir können, glaube ich, auch hier vorne durch die Gefängnistüren. Ne, geht nicht. Okay, die sind zu. Ne, das ist gesperrt. Das wäre geil, weil da könnten wir hintenrum hochlaufen. Ich muss hierbleiben, weil sonst bricht da... Äh, schon auch noch. Ja, ich mach mal das Türken zu. Sechs Minuten, warte. Sechs Minuten müssen wir hier warten. Was? Sechs Minuten? Sechs, 25, 16, 20. Kopf, 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 oh. Alter, das ist doch lang. Das schaffen wir, aber komm, Jungs, das halten wir durch. Ja, das schaffen wir jetzt. Ich knieh mich da hinten so ein bisschen hin. Ich brauchst mal Heilung, aber... Äh, ich geb dir Heilung, solange du... Oh, nee, zwei, zwei, zwei. Oh, scheiße, scheiße. Alter, mitten an Granaten. Oh, was ist das, ey? Das war Nervengas. Das war so fuck-hoch. Nervengas, alter Schwede. Fehlt ja nur noch, dass es hier so eine taktischen Nuke gibt oder so. Ich hab auch gesehen, hier gibt's Drohnen. Die gibt's aber echt, glaube ich, nur für Premium-Leute. Cool. Ich will auch so in die Schrotflift, das. Ja, also Wettlevel 5 schnell. Die hat schon Style, also die trifft besser auf die Entfernung als die scheiß Uzi. Ja, ist cool. Ja, normalerweise ist das, wie gesagt, für kurze Strecken, aber die kannst du auch snipern fast, ja. Ja, weil ein Schuss geht irgendwie immer dahin, wo du hinziehst. So, ich bin wieder unten an der Garage. Ja, ich bin hinter dir. Okay, hier ist schon einer drinnen. Da, der ist down. Sauber. Dazu brauchen wir echt viele Leute, da. Ich soll genauso viel Schaden machen. Wow, von denen, von denen. Ja, 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 egal. Renn rein, lass ihn kommen. Oh, hier sind ja auch noch zwei Bullen drinnen. Komm, die schaffen wir. Wow. Hoppen, hoppen, hoppen. Wie viel frisst denn der, ey? Ich hab den zweimal getroffen. Ich glaube, die haben einen Kettel oder so. Wo bist du, Starblade? Ich hab ihn. In der Garage. Okay, komm runter, wir warten auf dich. Wie, runter, wo, runter? Äh, da. Ja, ja, ne, Emory, Emory sind wir. Ja, Emory, scheiße, ich bin in der Bank. LoL. Ich schnau, doch, du. Wir gehen wir runter. Alter, Alter. Gehen wir runter, warte mal. Medikit, ich glaube, hier ist jetzt keiner mehr. Ich heilo euch mal alle hier. Wer hier auch immer dabei ist. Ja, ich hab 72. Okay, du bist anscheinend voll jetzt. Ja. Drück mal eh auf den Money-Dings-Booms. Drück mal eh drauf. Du kannst, du kannst noch die Polizei-Armory verabschieden. Shit. Oh, das ist blöd. Da müssen wir, glaube ich, echt zur Bank. Warten wir einfach hier ein bisschen, bis andere können. Ich check mal, ob man hier hinten durch... Nein, hier, scheiße, hier kommt man nicht durch. Finde ich ein bisschen komisch. Ja, ist schade, gibt es nur einen Zugang. Ist einerseits gut, einerseits auch schlecht, ne? Weil wir können hier halt diesen Eingang komplett verbarrikadieren. Und ich glaube, wir kommen jetzt gleich ein paar runter. Camp dich mal so ein bisschen. Ich hab die Tür zugemacht. Ich bin Level 6. Ich glaub, du kriegst mehr Punkte, wenn du jemanden tötest, der ziemlich schon ein Level hatte. Ich hab einen mit Level 30 getötet oder was er hatte. Und das hat sich gut bemerkbar gemacht. Okay. Ist ja auch klar, weil er ja besser überwaffnet ist. Mittlerweile schon Level 7, hab 1190 Dollar. Was ich damit mach, keine Ahnung. 95 Punkte, hab ich auch keine Ahnung. Ich glaub, da kann man ja extra Waffen oder Munition kaufen. Keine Ahnung. Bestimmt, irgend sowas, ne? Ist auf jeden Fall ein lustiges Game. Das müssen wir echt mal so mit 20, 30 Leuten hier im TS oder so zusammen organisiertes Verbrechen machen. Und dann alle zusammen runter in die Emery rennen. Ich glaub, dann kann man hier echt auch was reißen. Also zu dritt geht's ja auch. Seht ihr, wir sind ja schon zumindest hier runtergekommen. Nein. Aber was besser ist, wenn man auf Fearless oder so Rolliplay, da braucht man halt immer bessere mehrere Gruppe. Ja. Und zu dem Ganzen macht dieser Game-Mod schon richtig fun. Ist auf jeden Fall geil. Also wir sind unten in der Emery. Ist auf jeden Fall kein Rolliplay. Da bin ich grad gestorben, ist aufpassen. Okay, ja wir sind hier, wir haben hier die Türen verschlossen alles. Ist bald kein Rolliplay, aber jo. Ja. Türen sind aufgegangen. Ja, ich bin hängengeblieben am Knopf. Ah, okay. Ach, da ist ein Knopf für die Türen oder was? Nee, da ist ein Knopf. Nee, da ist ein Knopf. Da level 54 Police Office und Ding. Das ist ein Knopf. Ich hab' ihn durch die Wand gekämpft, das war mal geil. Mist, ich brauche Munition. Gibt's da Schock? Ja, Schock. Munition, da kann man Munition kaufen, das ist gut. Äh, auch F-F-R-Land-Shop. Lol, wo kommt der? Die kommen aus den Gefängnisdingern da hinten. Das habe ich immer jetzt überhaupt nicht beachtet. Ich bin unten, ich bin unten, alles sauber. Ja, ja, ja. Ja, ich komme zu dir. Wo ist ein Shop? Äh, F-F-Shop. F-F-Shop, muss ich auch gerade mal den Leuten hier zeigen. Hier ist immer bei mir Shit. Da, Ammo, Weapons. Da, hier kann man sich C-4 kaufen, Nervengas, Riot-Shield. Alter Schwede, das ist ja geil. Orbital Strike Maker. Alter, was ist denn das? Komm und den Kong, weil das größen war. Ja, aber ehrlich hier. Und ein RPG gibt's auch. Shit, ich bin tot. Ich bin draufgegangen. Die Shotgun ist so geil. Ich glaube, das ist die beste Waffe hier. Wo bist du jetzt weg? Ich bin auf dem Weg wieder runter, Police Emory. Ich wurde abgeknallt, scheiße. Alter, wie viel halten die denn aus? Oh shit, man braucht dafür speziellen Level für C4 und alles. Okay. Ich brauche mir jetzt erstmal Ammo. Ja, Mann, SMG-Ground. Jetzt habe ich 132. Ja, ich bin jetzt auch tot. Ich glaube, wir können mal so zur Bank wieder laufen. Ist, glaube ich... Ich bin noch am spawnen. Ich warte auf dich. Okay, wo bist du, Starblade? Ich bin in der Emory. In der Emory? Okay, dann geben wir Emory. Dann kommen wir zu dir. Verhalt euch. Okay, du musst mir jetzt ein bisschen mit deiner Shotgun-Cover geben. Ja. Ich habe jetzt schon zwar Munition gekauft, aber es ist nicht recht viel, was ich jetzt habe. Aber es reicht auf jeden Fall. Das ist gerade mal ein Lag, ey. Da war ich zwei Meter vorne und dann wurde ich wieder zurückgezogen. Ja, das hast du vor allem bei vier Lists, wenn du Auto fährst. Ja, oh, das ist schlimm. Und dann überfährst du die Leute, wirst gebannt, weil du dich überfahren hast. Was mir mal passiert ist, ich habe meinen Admin überfahren auf vier Lists. Emory ist nicht mehr gesichtet. Eine Woche wurde ich gebannt. Lebst du nicht mehr? Nein. Okay, wir sind... Du hast so ein komischer Typ mit dem Pferdekopf. Wir laufen jetzt gerade runter. Ja, ich bin auch wieder unterwegs. Oder die meine Arme geht. Wow. So. Wow, das war ein nice Shot. Ey, die ist echt geil, die Waffe. Also ohne Scheiß. Ja, Mann. Das ist richtig geil. Ich bin Level 4 am Level noch. Das ist gut. Okay, auf drei mache ich die Tür auf. Eins, zwei, drei. Los. Okay. Okay, sieht alles clear aus. Und die können hier auch durch diese Gefängnissteh bekommen. Das wusste ich überhaupt nicht. So, und ich drücke jetzt mal hier F. So, you cannot, äh, Rob. Wir müssen noch, glaube ich, diese vier Minuten warten. Ja, ich warte hier drin. Ich bin hier drin. Aber ist nicht so schlimm. Solange wir es hier runter geschafft haben. Willst du dann die Bank roben oder ich? Weil ich kann hier hinten dann schön in diesem Fenster verstecken und die Polizisten abknallen. Ja, können wir machen. Dann mache ich das, wenn Starblade noch runterkommt. Aber ich bin gerade in einem Feuergefächt mit den Polizisten. Okay, da kommt einer von uns. Okay, der ist tot. Ja, da kommen mehrere von uns. Das ist gut. 100, okay, danke. Nein, nicht schon wieder. So, es sind jetzt sauvieleute hier unten in der Emery. Das ist gut. Okay, lass uns diese drei Minuten warten. Wie gesagt, Muni kannst du kaufen in diesem F4-Menü und dann bei Shop, ne? Äh, Shop. Bugshots, Rounds, Rounds, 100. Boah, Bulle, ja. Ähm, ja. Ach, jetzt muss ich die auch noch aufheben. Super. Das ist schon mal gut zu wissen, ne? Ich muss da aufpassen, wenn andere Spieler kommen, weil die Klauen gerne in die Munition. Bist du auf dem Weg? In dem Park. Ich habe hier gerade mit zwei Kops zu tun. Okay, ich habe schon gesehen. Du hast schon einen weggeholt, ne? Ja. Da, ich habe ihn. Boah, mir ist jede andere Waffe lieber anstatt diese Uzi da, ey. Die Schrotflinde, die ist so geil. Das ist auch so voll mein Typ. Ich spiele gerne mit der Schrotflinde. Ich mag die. Schrotflinde sind schon gute Waffen. Äh, und die erst recht, weil die hat auch auf Range richtig gute. Mhm. Also, die streut nicht so krass. Scheiß, jetzt auf Munition kaufen. Ich komme erst mal runter. Ja, wir sind noch unten, noch zweieinhalb Minuten, dann können wir loslegen. Okay, ich komme. Ja, aber nicht mit Fizz. Da komme ich weit. Okay, es kommt noch einer mit uns. Okay. Boah, was hier für ein Blut überall in den Gängen hängt. Ja. Das ist ja heftig, ey. Okay, ich bin wieder da. Camp Massive ist wieder da. Wie sieht man die aus, Starplate? Ich habe hier echt, ich halte euch irgendwie voll den Rücken frei und so. Du musst versuchen runterzukommen. Einfach da durch die Lücke und dann jump, jump. Boah. Bam, in your face. Motherfucker. Entschuldigung, Entschuldigung, kannst ja rausschneiden. Quatsch. Quatsch. Diese Kraftausdrücke gehören nicht so. Mit seit einem Video ab 18. Ja, genau. Deswegen sage ich genau aus diesem Grund, Leute, sage ich auch immer, dass ich nur mit Leuten über 18 Jahre alt spiele. Weil wenn wir dann so Kraftausdrücke von uns geben und dann irgendwie die Mutter das mal mitgehört hat von dem 16-jährigen Felix, sage ich jetzt mal, der mit uns gezockt hat, dann kommt noch die Mutter in den TS und sagt, hier, was bringt ihr denn meinem Sohn für Schimpfwerder dabei? Und das geht ja gar nicht, oi. Also, der sagt jetzt die ganze Zeit, F***. Und nee, deswegen ist das Ganze hier ab 18. Ich habe nur noch 1% Life. Da, da kommt echt so ein SWAT-Typ. Da, den habe ich. So, jetzt muss ich mich mal selber heilen. Brauchst du Heal? Nein, ich bin gut. Ich bin voll. Okay, super. Ich bin voll. Ich bin voll. Zweiter Tick. Alle hauen jetzt ab. Na, wir bleiben dort hier. Na, wir bleiben hier noch 46 Sekunden. 45 Sekunden. Das ist easy going. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. 30 Sekunden gleich. 30 Sekunden left. Hold this position. Level 7. Mit 10 ist dann wieder die nächste Klasse, ne? Ich glaube, ja. Irgendwann spielst du eigentlich mal wieder DayZ oder so? Oder Altes? Ja, also Altes, wie gesagt, habe ich bisher noch nie wirklich angefangen, weil es laggt wie Sau. Ich warte darauf, dass die Leute, die Modder dieses Altes-Lives-Modus ist, das Ganze mal optimieren. Weil die haben es eigentlich nur aus Arma 2 kopiert und das macht das Ganze so laggy. Weil die Skripts alle noch auf Arma 2 basieren. Boah, der Typ hat mich umgehauen. Ich komme gleich wieder runter. Versuche das Ding zu halten. Ich bin auch tot. Boah lol, alle tot. Alle tot. Kranke Scheiße. Und was ist mit DayZ? Hast du ja mal schon mal so Dings gemacht, habe ich gesehen. Ja, DayZ Standalone warte ich immer noch eigentlich auf Fahrzeuge, weil das ist so der gewisse Kick, der mir fehlt halt. Die ganze Zeit da rumzulaufen. Ich sehe es auch bei großen Streamern, so wie Lyric und so. Die zocken das auch nicht mehr, weil denen geht dann irgendwann der Saft aus. Die laufen nur noch rum, werden getötet oder töten Leute. Und da fehlt dann auch so. Mit dem Auto, da kannst du dann halt auch eine Basis aufbauen mit einem Wald oder so, weißt du? Diese Aspekte, die fehlen mir halt noch. Laufen wir hin zur Bank? Ja, zur Bank wäre besser, weil dort an dem Tunnel zum Ameraider ist ein Sniper. Außerdem, bei dieser Abkürzung ist auch schon wieder ein Sniper irgendwie am Werk. Ja, ich habe schon gesehen, die Schüsse, die fliegen hier schon. Okay, da tut jemand schon die Bank ausrauben, aber wir können denen ja Cover geben. Ja, auf jeden Fall. Ja, der Modus macht echt Spaß, muss ich mal sagen. Ich bin hinter dir, Starblade, ne? So, dann... Okay, bring ich sie dir. Ja, da sind überall Kopf. Ich laufe hinter dir, ich laufe hinter dir. Boah, der hat mich böse getroffen, hier, Sniper. Oh, das war ein Double-Kill. Der hat durch meinen Kopf und durch deinen Kopf oder so, oder wie? Oh, ja, ich sehe es gerade rechts oben, ey. Scheiß. Scheiß, Sniper ist geil. Das ist halt gefährlich, wenn man zur Bank geht, weil die die ganze Straße mit ihren Sniper abdecken. Die bräuchten selber mal ein paar Sniper, aber Autosniper ist besser. Ja, bei dem Spiel hier, glaube ich, auch. Außer da hast du eine AWP, One-Shot, das wäre natürlich auch geil. Nein, die Autosniper, also da gibt es einen Autosniper von dieser M9-Karte, da brauchst du auch nur einen Schuss. Okay. Starblade, wo bist du? Ah, hier, okay. Wo wollen wir lang gehen? Gehen wir unten lang oder Bank? Was meinst du? Ja, unten. Lass uns mal hier riskieren. Immer Schlangenlinie laufen, ne? Ja, ja. Alter, in your face. Der war nice. Nice. Boah, hier sind noch mehr, da ist KSK dahinten. Alter, die haben das Ding jetzt richtig abgesichert. Das macht aber auch Spaß, wenn wir das Ding hier verteidigen. Das ist natürlich auch geil. Das macht beides Spaß, so Katzen-Maus-Spiel irgendwie. Das hat schon so einen gewissen Nervenkitzel. Okay, lass so Bank. Ja, probieren wir mit Bank. Das wäre geil, wenn wir jetzt Smoke-Granaten hätten, weil dann könnten wir die ganze Straße hinten zusmoken. Und dann hätten die schon mal gar keine Chance, uns überhaupt zu sehen. Gibt es sowas hier? Smoke-Granaten? Keine Ahnung. Stimmt. Ich muss mal gleich gucken in diesem Shop-Menü. Aber erstmal muss dieser Cop da vorne weg. Der fällt nicht um, Junge. Da, endlich. So, ich guck mal gerade hier. F4, Shop. Was haben wir hier? Bugshots, Pistols? Ne, das will ich nicht. Weapons. Beeilig, beeilig. Nervengas, Riot-Shield. Ich hole ein Riot-Shield. Was denn? Äh, warte. Leute, ihr... Riot-Shield. Da, ich hab ein Schild, Leute. Ihr müsst jetzt alle hinter mir laufen. Geduckt. So, warte. Wir rennen jetzt auf den rechten Bürgersteig. Rechten Bürgersteig. So, und jetzt kriechen wir hier vor. Wie so eine Bolognese. Ja, das kommt... Die Schilder, die kenne ich ja von Fearless. Ja, die sind geil. So, seid ihr alle hinter mir, ja? Ja, ich bin hinter dir, aber hinter mir. Ich bin im grünen, äh, Garagenteil. Okay, wir kriechen hier jetzt vor. Das dauert so lang. Da werdet ihr weggesnipert. Ne, ne, ne. Die können nicht durch dieses Ding durchschießen. Okay, komm, wir können normal laufen. Ich bin in der Bank. Boah, das ist ja geil hier mit so einem Schild, ey. Hm. Das hat was. Reiner. Komm, komm, der Aufzug ist hier. Äh, wir kommen, wir kommen. Das bin ich, das bin ich. Okay, 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 nice. Hoch, hoch, hoch. So, ich... Kann mich ja hier an die Tür stellen. Mit dem Schild. Ne, Quatsch, ich packe jetzt mal wieder die Schrotflinder aus. Boah. Boah, da oben scheint es abzugehen. Ja. Bullen, da oben sind Bullen. Definitiv, ja. Boah, hier fällt schon die erste Leiche durch den Aufzug, Alter. Und die zweite, ach du Kacke. Oh, no. Oh, shit. Ah, das ist natürlich Kacke, wenn die Tür sich... Wunderbar sind gleich Bullen da unten, ne? Also, jetzt heißt es aufpassen. Ich drück auch gleich den Knopf. Versuch du mal so Feierschutz zu geben. Ich drück dann gleich wieder auf den Knopf, dass er hochwert. Ja, drück, mach Dauer, ey. Dauer, ey. Robbery-Cooldown? Oh, hier. Oh, ich hab doch gedrückt. Harte Kacke. Wir können die Punk noch nicht. Die hat einen Cooldown gerade drin. Fuck, ich bin tot. Da müsste ja die Emery eigentlich gehen. Habe ich jetzt mein Schild noch? Meine Waffe, die macht hier noch da, da, da. Und bei den Emery macht die halt drrr. Okay, dieser Riot-Chill zum Beispiel, das ist alles nur Tempo-Ware. Also, das zählt nur für die Runde und danach müsstest du's neu kaufen. Hat mich jetzt 1000 Dollar gekostet. Na, aber immerhin hat das was geholfen. Ja, es hat auf jeden Fall was gebracht, weil die Snyder kommen da nicht mehr durch. Ey, warte mal, man kann sich doch Waffen kaufen. Warte mal. Ne, ne, da gibt's nur so extreme Waffen. Hier so Radar, Rakete. Nervgas, C4, RP7, Riot-Chill. Level 10, na. Die Leute sind jetzt auch in 39. Ich bin immer noch in der Bank, aber hinten drin. Das müssen die Cops wahrscheinlich nicht. Boah, mit Sniper. So, diesen Anlauf machen wir noch. Ich erreiche ewig nicht Level. Den Anlauf machen wir noch und dann warst du's auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, wir schaffen's. Na klar, das schaffen wir immer positiv denken. Shit, jetzt hat's mich erwischt. So, ich bin jetzt auch hier an der Bank. Das Motto eines Campmeisters ist immer positiv denken. Zwei Stützen oben, einer mit Level 2 und einer mit Level 7. Äh, ja, seid ihr an der Bank? Ja. Shit. Also, was ist... Der Aufzug ist da, LOL. Zum Glück bin ich ja grad nicht reingerannt. Der Aufzug ist hochgefahren, die Tür hat sich geöffnet, der Typ ist oben in den Aufzug fallen. Da kommt ein Bulle von draußen, ne? Da kommt ein Bulle. Okay. Wie schaffst du? Ja, sauber. Okay, jetzt musst du irgendwie Vollschutz von draußen gehen, weil ich versuche heranzukommen, ich komme nicht ran. Ich kann dir die Tür aufhalten. Sehr gut. Ich bin ja erinnert, ja. Oh, ich sollte mich auch mal heilen. Ah, ja, ist sehr gut. Warte, ich heil mich erstmal, weil ich hab mir noch hier zu... Also, das Tablet ist mit mir. Okay. Sag Bescheid, wenn ich die Tür aufmachen soll. Das bleibt mal abzuwarten. Oh, was? So, Hölle. Tür ist auf, Tür ist auf. Ich bin weggesnabt worden, ich komme wieder. Ja. Ach. Mach die Scheiß-Tür auf. Boah, sag doch was. Boah, Mann. Das dauert so lang mit dieser Tür. Ja. Oh, der Aufzug war gerade da. Der MP5 wäre auch nicht schlecht, ich mag die MP5. Ja, die MP5, die ist gut. Ich mag die MP5 auch. Ich freue mich auf die Stemz. Also, ich laufe jetzt langen Linie, ne? Erinnere mich voll an Daisy. Boah, komm schon. Voll viele Cops vor der Tür. Ja, ich komme nicht ehwigs nicht hier rein. Boah, ich bin down. Naja, wir haben auch schon wieder 20 Minuten voll. Ähm, dann würde ich sagen, Leute. Sagt mir mal, lasst mal in den Kommentaren da, wie euch dieser Modus gefällt. Und, ähm, wie gesagt, die IP von diesem Server steht in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch mal selber anschauen. Und dann, ja, würde ich sagen, lasst Kommentare da, bewertet Posi oder negativ. Je nachdem, wie ihr es gefunden habt. Und das war's dann von mir, BigMongoStyler, CampMassive und Starblade für euch. Tschüss. Bye, bye. Servus, Leute. Musik Untertitelung des ZDF, 2020